Für mich ist wichtig bei der Testimonierkampagne dabei zu sein, weil aufgeben nicht wirklich eine Option ist und ich auch meinen Beitrag dazu leisten will, dass man wieder relativ rasch zu einer Art von Normalität übergehen kann. Diese Geste bedeutet für mich einfach Respekt gegenüber den Mitmenschen, dass man einfach in absehbarer Zeit einfach wieder zu Normalität übergehen kann. Untertitelung des ZDF, 2020